Entschuldigung, was hältst du davon, dass Guleo ohne Hosen rumläuft? Wir haben ja auch neun Monate im Fruchtwasser zugebracht. Worum geht's denn? Ich suche Arbeit. Wie lautet Ihre Identity-Nummer? Personenkennziffer 96402 BG 005... Elektriker, Schuhverkäufer, Krankenpfleger, Taxifahrer, Tretbootverleiher. Willst du mir mal sagen, warum Sie nirgendwo länger als drei Monate gearbeitet haben? Es war irgendwie nicht das Richtige dabei. Es ist ja nicht so, dass ich nicht arbeiten will. Sie sehen doch, dass ich nie länger als ein paar Wochen arbeitslos war. Bohrinsel, das ist es. Da arbeiten Sie 14 Tage lang im 12-Stunden-Rhythmus und verdienen in einem Vierteljahr mehr als anderswo in einem Heim. Hören Sie mir überhaupt zu. Ich denke, das ist nicht das Richtige für mich. Wissen Sie, eigentlich bin ich Vogel-Imitator. War das eine Nachtigall? Ja. Heckenbraunelle. Trauerschnepper. Oh, Amsel. Hallo! Aua! Hallo! Haben Sie heute schon an den Ball getreten? Nein. Aber wir müssen doch trainieren. Nein. Wir müssen doch Weltmeister werden. Nein. Wer wird Weltmeister? Sag ich nicht. Ich sag mal Brasilien. Das ist doch keine Meinung. Was meinst du? Deutschland. Also, so muss das sein. Ich werde Weltmeister. Ich sag England. England? Die Engländer. Aber die haben doch jetzt Probleme mit dem Trainer. Aber die haben doch gute Spieler. Ja, wir auch. Der Trainer hat gesagt, ich soll da Einzeltraining machen. Wir kämpfen und geben alles bis dann. Ein Tornach wie in andern Welt. Ja, einer für alle, alle für einen. Wir halten fest zusammen. Ja! Aua! Fatsch. Deutschland wird Weltmeister. Eigentlich ist schon alles klar. Wir brauchen gar nicht mehr spielen, oder? Ja, aber wäre schöner, ne? Ich möchte gerne ein Konto auflösen. Sie mögen auch gerne Erbsen. Ja, bitte. Ich mag es auch gerne Erbsen. Ja, bitte. Wir gehen im Osten der Stadt. In einem schönen Haus. Ich habe einen Goldsich. Ich habe einen Goldsich. Ich kann das nicht. Hör zu, ich kann euch... Du gehst uns schon lange genug auf die Nerven. Hey, ich bin zuckerkrank. Ich muss mir eine Spritze geben. Mac? Würdest du mir ein Stück Schokolade geben? Bitte, Jungs. Das könnt ihr doch nicht machen. Lass ihn in Ruhe, du Schwein. Ey, was soll denn das? Schweine. Ey, hörst du auf? Weisful. Ja, natürlich. utral. Tschüssi.